Die Secabo C5-Serie ist die neueste Generation der erfolgreichen Schrittmotorschneideplotter mit Microstepping-Technologie. Die Modelle C605 und C1205 mit maximalen Schneidebreiten von 63 cm bzw. 126 cm überzeugen mit einem frischen eigenständigen Design mit neuer mechanischer Struktur für mehr Präzision und eine bessere Wiederholgenauigkeit. Dank der hohen Schneidequalität sind die Plotter für alle gängigen Materialien aus Werbetechnik und Textilveredelung geeignet. Anwender profitieren von der vollständig neuen, komfortablen Menü- und Benutzerführung. Die mehrsprachige Schneidesoftware Drawcard Lite für Windows ist bereits im Lieferumfang enthalten. Die Secabo C5-Schneideplotter lassen sich schnell und einfach installieren. Zusätzliche Treiber sind nicht erforderlich. Ein weiteres Plus. Die integrierte Lapos-Konturschnittfunktion ermöglicht das präzise Ausschneiden bedruckter Medien, auch bei kleinen Objekten. Ein stabiler Standfuß mit einer neu entwickelten Rollenhalterung sorgt für einen zuverlässigen Stand und sichere Zuführung der Folien. Ein praktischer Auffangkorb ist optional erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017